Was ist das? Hört ihr das? Ja! Jungs, Entschuldigung, tut mir leid, wenn ich störe, aber ihr wisst nicht zufällig, wo ich das Masoleum finde? Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Nein, ich glaube, sie hat gesagt, bei einer alten Eiche. Ja, das hat sie gesagt, sie muss... Muss sie denn, muss sie denn zum Gräber hinaus, Gräber hinaus, Gräber hinaus. Ja, du, du, wir harmoniert wie eine Eins, aber wir müssen meine Frau finden. Ich muss ihr helfen, wir kommen von... In den blauen Bergen kommen wir, kommen wir von den blauen Bergen. Hört zu, Jungs, außerdem suche ich einen bestimmten Schlüssel. Ich bin auf der Suche nach einem Schlüssel. Du, du suchst einen Schlüssel. Du, du findest ihn nicht. Der Schlüssel, den ich unbedingt brauche, ist in dem Mausoleum. Der Schlüssel ist in dem Mausoleum. Du hast den Schlüssel im Mausoleum verloren. So ein Jammer. Oh, super, super, super. Der Zimal kam. Danke, ich habe eine große Hilfe.